Wie findest du als Handwerker der Fachfirma Vertriebler, die dir Millionen in Zukunft bringen und meines Vertriebler, die dich Millionen kosten? Daumen geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen erst mal zu diesem Video. Mein Name ist Alex, Geschäftsführer von einem Unternehmen von 50 Leuten, einer Handwerksagentur, einer Agentur fürs Handwerk. Und ja, warum erzähle ich dir das? Ganz simpel, weil ich habe selber 15, 16 Leute ungefähr im Vertrieb. Das heißt, ich kann mittlerweile gut unterscheiden, was sind Leute von vornherein schon, die haben Potenzial, Leute, die haben kein Potenzial. Und ich weiß, die Situation bei ganz vielen Handwerksbetrieben ist wirklich so, gerade bei kleineren Betrieben, ich sage mal 5 bis so 20 Leute, die sind von 1 bis 2 Vertriebler wirklich abhängig. Wenn diese Vertriebler mal eine Zeit lang nicht performen oder die neue Leute einstellen, die nicht performen, kostet das richtig, richtig viel Geld. Wir haben da einige Fälle jetzt gehabt von Partnern, wo das leider der Fall war und man hätte viele Dinge vermeiden können und das möchte ich dir einfach mal mitgeben in diesem Video, wie die das hätten machen können. Das Erste, was ganz wichtig ist, Vertrieb ist im Endeffekt ein Zahlenspiel. Es geht einfach nur darum, dass die Person möglichst viel Schlagzahl macht, möglichst viel Gas gibt, da kommt auch ein Ergebnis raus. Bedeutet, das Erste, was du beachten solltest, wenn du einen guten Vertriebler suchst, um überhaupt mal bewerten zu können, ob der gut ist oder nicht, du solltest deine Zahlen kennen. Da geht es bei den meisten schon los und deswegen checken die auch erst, dass der Vertriebler schlecht ist, wenn ein halbes Jahr vergangen ist und die merken, hey, irgendwie entweder die Aufträge passen nicht oder, also kommen zu wenig rein oder die, die er gemacht hat, sind halt komplett falsch und ich muss halt noch mega nacharbeiten. Das merken die Leute meist sehr spät und wenn du aber deine Zahlen kennst und weißt, okay, wenn er die und die Schlagzahl macht oder die und die Abschlussquote immer sagen, aber die meisten könnten mir nicht mal sagen, wie die Abschlussquote ist. Die würden sich einmal alle Angebote runterladen, alle Aufträge runterladen und dann sagen, okay, das ist die Abschlussquote. Aber wie verhält sich das monatsweise? Kann es verliegen, dass in der ersten Zeit etwas anders gemacht ist als in der Zeit danach? Du hast überhaupt keinen wirklichen Mechanismus, das zu kontrollen, darauf einzugehen, wenn du deine Zahlen nicht kennst. Bedeutet, du musst im Vertrieb messen, wie viele Leute ruft der am Tag an, wie viele Termine hat der, wie viele Termine finden statt, wie viele davon werden zum Auftrag, wie viele davon werden zum Angebot, wie viele davon werden später noch zum Auftrag, wie hoch sind die Auftragswerte, wie hoch sind die durchschnittlichen Auftragswerte. Das musst du alles messen. Wenn du das nicht weißt, hast du keinerlei Möglichkeit bei dem Vertriebler in Zukunft, frühzeitig zu erkennen, dass der eine Flasche ist oder nicht, wenn deine erste Einschätzung falsch war. Jetzt gehen wir aber nochmal darauf ein, also das erste Zahlenkern ist ganz wichtig, jetzt gehen wir nochmal darauf ein, das zweite, was besonders relevant ist. Und viele arbeiten jetzt so, dass sie über die Vorerfahrung arbeiten. Das finde ich kann man machen, also so eine Art Track Record würde man sagen. Ich habe jetzt einfach mal bisherige Erfolge. Das kann ein Thema sein. Also es kann wirklich sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt jemanden, der hat davor in einem anderen Bereich gearbeitet, der hat in dem Bereich so und so einen Umsatz gemacht und das hat super funktioniert oder noch besser, der hat in deinem Bereich gearbeitet, so und so einen Umsatz gemacht. In dem Fall solltest du, das ist natürlich immer etwas schwieriger, wenn du aus der eigenen Region kommst, mit den einen Arbeitgebern mal sprechen. Das ist natürlich etwas schwierig, wie gesagt, weil das geht nicht immer. Also wenn der jetzt von einer anderen Stadt hergezogen ist, kannst du dir natürlich Probleme anrufen. Aber wenn er sagt, ich habe mich jetzt beworben, wenn ich meinen Chef nicht klarkomme und jetzt rufst du den Chef an und sagst, hey, der hat sich bei mir beworben, wie ist denn der? Ist schwierig. Das wird wahrscheinlich nicht so cool ankommen. Trotzdem kannst du hier gucken, bis jähriger Erfolge aus ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben einen gehabt, der hat sich bei uns beworben. Und er hat gesagt, ja, er hat über ein halbes Jahr 250.000 Euro Umsatz mit zu verantworten gehabt. Da habe ich mir überlegt, warte mal, für seine Stelle 250.000 Euro Umsatz, ein halbes Jahr, das ist gar nichts. Das ist die Hälfte von dem, was ich von meinen Leuten erwarten würde. Weniger als die Hälfte. Da war für mich schon so ein Ding, okay, er ist raus. Und er hat sich damit nur mega gebrüstet, das wäre das mega krasse Ergebnis und hat es aktiv selber angesprochen. Da wusste ich schon, er lebt komplett auf einem anderen Stern. Das wird garantiert nichts. Und er hat sich als der krasseste Typ da halt auch dargestellt im Gespräch. Und da dachte ich mir schon, okay, das wird safe nichts. Und deswegen ist er dann am Ende auch nicht weitergekommen, weil einfach die Sachen, die er gesagt hat, Humbug waren, in Summe zusammengefasst. Ist natürlich nicht immer einfach einzuschätzen. Er kann ja auch theoretisch im Gespräch dir irgendwas erzählen, du weißt nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Was man hier machen kann, als ob du sagst, okay, was sind bisher so die Zahlen? Was hast du für Umsatz im Monat gemacht? Ja, ich mache im Monat 100.000 Euro Umsatz. Okay, alles klar, wie viele Aufträge sind das? Ja, so 10 Aufträge im Monat. Okay, was ist denn bei euch der Auftragswert im Schnitt? Ja, im Schnitt machen wir 20.000. Jetzt merke ich schon, warte mal kurz. 10 Aufträge, 20.000, 100.000, die er sagt, das passt irgendwie nicht. Da liegt ja 100% daneben. Dann fragst du mal nach. Ja, du hast mir gesagt, du machst 100.000 im Monat, das sind jetzt 200.000 dann. Ja, nee, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt merke ich schon, okay, kann man jetzt gucken. Wenn er jetzt noch eine gute Begründung findet, dann ist er ja weiter und sonst ist es halt schwierig. Nicht jeder kennt seine Zahlen auch immer perfekt, muss man auch sagen. Wenn er sagt, weiß ich nicht genau, das kann auch eine legitime Antwort sein. Es geht ja nur darum, dass du immer mehr Kriterien hast, an denen du das messen kannst. Dann nächstes Thema. Ein guter Vertriebler will immer provisionsbasiert arbeiten. Bei uns gibt es nur eine Stelle, die provisionsbasiert arbeitet. Das sind halt die Leute, die die Beratung noch tatsächlich machen. Alle anderen sind fix bezahlt. So machen wir das so. Ja, ganz simpel, weil ich den Leuten ein sehr starkes System in die Hand gebe, nachdem die arbeiten können. Wobei es eigentlich ganz schön eine andere Stelle bei uns hat, auch eine Teilprovision. Ist aber etwas anders geregelt. Aber vom Grundsatz her, ein guter Vertriebler, das du immer merkst, der wird nach Provisionen fragen. Der wird dir sagen, ich hätte gerne ein niedriges Fixum, also ein niedriger Fixgehalt, dafür aber mehr Provision. Wenn er das sagt, dann weiß ich schon mal, okay, das ist vom Grundsatz schon mal genau richtig. Wenn er sagt, nee, ich hätte gerne ein hohes Fixum, ich hätte gerne 3, 4, 5.000 Euro Fixum und eine Provision, kann man ganz gering machen. Dann kannst du ihn vergessen, eigentlich schon. Das wird wahrscheinlich nichts. Es gibt Leute, weiß ich auch, einige Betriebe bei uns, die arbeiten rein auf Fixum. Ist für mich in Ordnung, wenn die das machen, das funktioniert, alles cool. Ich sage nur, ein generell guter Vertriebler wird Provisionen haben wollen und wenig Fixum. Von sich aus. Das kann man dir noch fragen. Man kann fragen, okay, wir stellen dir jetzt vor die Verteilung Fixum zur Provision. Wie hast du dir das vorgestellt? Dann sagt der, ja, möglichst viel Fixum, möglichst wenig Provisionen. Oder möglichst beides riesig. Okay, ja gut, aber beides riesig geht ja nicht. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, was würdest du dann lieber mehr haben? Ja, ich hätte lieber mehr Provision. Weil es ja dann in meiner Hand. Ja, perfekt, richtige Antwort. Schon mal positiv. Auch das ist nicht direkt, die stelle ich ein, aber schon mal positiv. Dann natürlich, auch klar, fachlich. Fachlich solltest du ihm ein paar Fragen stellen. Wenn er diese Fragen gut beantwortet, da bist du jetzt zieberter als ich, aber wenn er die Fragen gut beantwortet und er hat eine Vorerfahrung, ist das super, dann kann man das machen, dann kann man damit arbeiten. Wenn er die Fragen nicht gut beantwortet und überhaupt keine Ahnung hat davon, dann weißt du, A, entweder ich muss dich nochmal mega nachschulen, damit wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Oder B, das wird eh nichts. Einfaches Thema sollte man abklopfen. Übrigens, auch hier natürlich, wenn du sagst, du stellst Quereinsteiger ein, dann kannst du nicht erwarten, dass die fachlich was können. Wir z.B. stellen ausschließlich Quereinsteiger ein, ist mir auch lieber, weil die meisten Vertriebe funktionieren anders als unser Vertrieb und deutlich schlechter als unser Vertrieb. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir holen uns lieber Leute, die ein unbeschriebenes Platz sind, dass da was drauf ist, was ich erstmal löschen muss. Das ist für mich dann einfacher. Und das fünfte Thema, und das wirst du merken, ist eigentlich, was mittelfristig interessant ist, welche Fragen stellt er dir? Und warum ist das interessant? Weil du damit eigentlich ganz gut rausfinden kannst, wie viel Bock er auf bestimmte Themen hat. Ein Vertriebler ist normalerweise jemand vom, also ein guter Vertriebler, vom Menschentyp her, der ist mega hungrig, der hat mega Bock, der ist auch bereit, mal eine Stunde länger zu arbeiten, wenn er dadurch mehr Geld für ihn rausspringt. Der ist halt sehr, sehr geldgetrieben. Und wenn er so eine Frage stellt im ersten Gespräch, wie, ja, jetzt mal ehrlich, was muss ich machen, damit ich möglichst viel verdiene? Das ist schon mal gut. Das ist überhaupt nicht gierig oder so, würde ich überhaupt nicht werden. Vielleicht ist es auch gierig, sagt es erstmal, egal. Letzten Endes ist es erstmal ein gutes Zeichen dafür, dass er Bock hat, dass er Gas geben will. Wenn du dann feststellst, by the way, das ist vielleicht so der sechste Punkt, der kommt nach der Einstellung aber erst, in seiner Arbeit, der ruft am Tag viel zu wenig Leute an, der gibt nicht richtig Gas, der fasst nicht richtig nach. Du kannst übrigens auch mal so eine Frage stellen, okay, du hast jetzt ein Angebot rausgeschickt, der Kunde meldet sich nicht, was machst du? Ja, schreib dir noch eine Mail. Nicht so gut. Ja, keine Ahnung, ich warte, dass er sich meldet. Ganz schlecht. Ja, ich rufe den an, ich frage den, was los ist. Sehr gut. Also, hängt immer davon ab, wie der Vertrieb selber strukturiert ist. Wenn du sagst, du willst sowas nicht, dann muss halt die Antwort jeweils eine andere sein, das ist schon klar. Ja, aber bei mir wäre die beste Antwort, ja, ich rufe den natürlich an und frage, was da jetzt los ist. Oder, Kunde hat dir geschrieben, er möchte das Angebot nicht annehmen. Na, also ich will mit anderen entschieden, was machst du? Ja, ich lege den ab. Ja, schlecht. Ja, ich rufe den an und frage den, was da los ist. Was wir machen können, dass wir zusammenkommen. Das ist ja eine richtige Antwort. Also, solche Themen bedingen das sehr sehr stark und auch die Fragen, die er dir am Ende stellt. Und da gibt es meistens Fragen, soll es welche geben. Sind sehr, sehr relevant. Ja, du musst immer hier ein bisschen unterscheiden. Also, diese Struktur, die ich jetzt hier habe, ist besonders dafür da, wenn du einen Vertriebler einstellst, dass der bereits irgendeinen Track Record hat und Bock hat, einfach jetzt noch den Bereich zu wechseln und der wirklich dann Vollzeitvertriebler irgendwo sein soll, vielleicht auch neben einem anderen noch sein soll. Wenn du einen systematisierten Vertrieb hast, wo du sagst, okay, ich habe verschiedene Rollen. Der eine macht Vorgespräche, der andere ruft Leute an, die irgendwie nicht mehr erreicht wurden. Der dritte macht die Beratungen. Das ist dann wirklich der Berater. Dann ist was anderes. Dann kannst du vor allem für die ersten beiden Rollen noch Leute einstellen, die überhaupt keine Vorfragen haben und keine Ahnung haben, welche Fragen sie stellen, sondern weil sie einfach sich den Vertrieb gar nicht auskennen. Da soll man dann eher schauen, wie handeln sie wirklich. Aber im Grunde findest du einen guten Vertriebler über diese Punkte raus und wenn du diese Punkte alle abhaken kannst, positiv abhaken kannst, weißt du, okay, das ist ein geiler Typ, mit dem kann ich es probieren und dann ganz wichtig, Zahlen kennen, messen, gucken, was da abgeht. Übrigens auch, wenn du die Zahlen kennst und ihn nach bisherigen Erfolgen fragst, kannst du sie auch vergleichen. Kannst du auch sagen, okay, ist das im Rahmen oder passt das gar nicht. Viel Input, ich weiß. Es ist auch viel, viel Erfahrung, viele, viele Gespräche, hunderte, vielleicht tausende Gespräche, die wir geführt haben mit diversen Vertrieblern, bis wir die Leute hatten, die wir jetzt haben. Und ich denke, da ist einiges für dich dabei, was du nutzen kannst und auch nutzen solltest. Spind es auch in deine Struktur mit ein, diese Themen. Also sorg dafür, dass wirklich auch jeder, der diese Gespräche führt, diese Dinge so berücksichtigt. Ansonsten, wenn du noch Themen hast, wo du sagst, okay, du hast mal einen Vertriebler gehabt, aber das macht vielleicht interessant oder da eine Frage zu, melde dich gerne. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos vielleicht mit deinem Thema dann. Und ansonsten, kann ich mich abonniere, damit du auch diese Videos dann nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020